Willkommen bei den EWTO Wingzun Akademien von Meister Sifu André Sonntag, Ihrem Profi für Selbstbehauptung, Gewaltprävention und vieles mehr. Wir bieten Selbstverteidigung für Erwachsene und Kinder ab drei Jahren. Wingzun verbindet jahrhundertealte Erfahrungen mit modernen Erkenntnissen. Kinder und Erwachsene lernen durch situatives Training eine neue Achtsamkeit für ihr Umfeld und können so Gefahren präventiv und frühzeitig lösen. Wingzun schult alle Sinne, trainiert die Fitness und das Selbstbewusstsein. Unser Team vermittelt in allen Altersklassen viel Abwechslung und Spaß. Schöpfen auch Sie aus den wertvollen Inhalten der asiatischen und europäischen Tradition. Steigern Sie jetzt Ihr Wohlbefinden und Ihr Selbstvertrauen.